Wer kommt schneller zur Sonne? Ich! Gräuer! Gäuer! Sopranos, Vier. Garo. Ja, 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 ja. Er hat das nicht aus dem Europa. Aber das ist nicht aus dem Europa. Hier ist es schon 7. Paul, jetzt erzähl uns einmal, was ist jetzt passiert? Es ist ein Feueralarm. Es brennt! Es brennt natürlich nicht, es ist nur ein Fehlalarm. Und haben wir genug Zeit? Nein, wir werden alle sterben. Ich weiß nicht, wie viel Uhr es ist. Es ist so spät, so spät, so spät ist es. Es ist zu spät. Ist es schon 5 Uhr? 5 Uhr? 5 Uhr? Soll ich schon essen? Na, na, warte, warte. Ich tue ganz normal, ok? Ja, tue ganz normal. Na, warte kurz. Ganz normal? Ja, ganz normal. Geht's. Gut. Es ist zu spät. Es schmeckt aber... Ich muss doch wachsen, ich muss doch wachsen. Es ist zu spät. Aha. Sind da Tiebe unterwegs? Nein, das sind brave Aufesser. Aufesser. Sie sind jetzt am Fußballer-Potzerreise schon. Bist du auch wirklich nicht mehr hungrig? Nein, ich hab's ja super. Ich meine, es ist voll gut, aber irgendwie ist es so gut. Keine Ahnung, finde ich halt. Ich habe es nicht genauer, oder?